Strukturgleichungsmodelle und die konfirmatorische Faktorenanalyse sind Sonderfälle der Faktorenanalyse. Und obwohl es Sonderfälle sind, sind beide Themengebiete sehr umfangreich und sehr nützlich. Was wir heute tun, ist einen sehr pragmatischen Ansatz zu wählen, indem wir uns einfach das Emerging Standard Package in R für diese Strukturgleichungsmodelle anzuschauen. Das ist Open Source, das kann sehr viel und es hat eine sehr gute Dokumentation. Und that's why es ist eine sehr gute Idee, sich das heute quasi dann als ersten Schritt anzuschauen. Und das geht auch relativ fix, würde ich sagen. Auch heute haben wir wieder ein Beispiel, das wir bereits kennen, ein Beispiel aus der in Anführungszeichen Realität und zwar eine Befragung. Aber dazu kommen wir gleich. Zuerst, wie gesagt, wir arbeiten in unserem Jupyter Notebook mit unserem R-Kernel und zuerst laden wir mal diese zwei besagten Packages. Das sind zwei, zum einen LAVAN, das ist das Package, das es uns eben ermöglicht, diese Strukturgleichungsmodelle zu erstellen und auch zu analysieren. Und dann haben wir hier noch SEMPLOT, das ist dann das Package, was uns dabei hilft, diese analysierten Strukturgleichungsmodelle zu visualisieren. Genau, das Beispiel, das wir heute durchrechnen, kennen wir. Das ist der Datensatz, den wir bereits für die ANOVA mit Repeated Measurements verwendet haben. Es ist eine Befragung im Experimentalpraktikum an der Hochschule Aalen. Und wir schauen uns ganz kurz diesen Datensatz nochmal an, damit wir gleich wissen, was wir tun. Also wir haben es hier mit Fragebogendaten zu tun. Die Studierenden der ersten Semester wurden befragt zu diversen Soft Skills, nenne ich das mal, zum Beispiel Kooperationsfähigkeit, Kritikfähigkeit und auch Kommunikationsfähigkeit. Und was wir hier heute machen, ist so ein bisschen das Toy-Example. Wir schauen uns nur die erste Erhebungswelle an und wir stellen uns jetzt eine Beispiel-Forschungsfrage für diesen Datensatz. Und zwar, inwiefern sich die gerade genannten Fähigkeiten, die gerade genannten Soft Skills auf die Selbsteinschätzung hier abgefasst in drei Items eben auswirken kann. Und dazu erstellen wir ein Strukturgleichungsmodell. Und der Kern dieser Strukturgleichungsmodelle sind logischerweise die Modelle oder eben die Gleichungen, die dahinter liegen. Wir kennen das bereits aus den Regressionsmodellen. Wir kennen das bereits auch aus der ANOVA, die wir gerechnet haben. Auch der lag ja im Endeffekt ein lineares Modell zugrunde. Was wir hier jetzt im Endeffekt machen, ist, wir erarbeiten dieses komplexere Modell mit einem erweiterten Toolset. Wir schauen uns das einfach mal an und dann wird es, glaube ich, auch relativ schnell, relativ klar. Also wir kennen zum Beispiel die Regressionsgleichung, die eben als Gleichheitszeichen, in Anführungszeichen, diese Tilde hat. Auch das ist im Endeffekt das Kernstück des Strukturgleichungsmodells. Wie gesagt, wir schauen uns das einfach mal jetzt direkt an. Wir haben hier im ersten Schritt ein super einfaches Modell, in dem wir einfach nur als unabhängige Variable die Kritikfähigkeit nehmen und als abhängige Variable, wie gesagt, die Selbstwirksamkeit aufführen. Und diesen Teil der Gleichung kennen wir bereits. Das ist wie in einem normalen Regressionsmodell einfach auch eben das, was uns interessiert. Man kann auch einfach sagen, das ist die Regressionsgleichung in dem Modell. Ganz kurz, wir haben hier im Endeffekt auch die gleiche Zuweisung, die wir auch für lineare Modelle hätten machen können. Hier ist es so, dass wir den String, in dem dieses Modell jetzt abgefasst wird, erstmal in Variable speichern und die übergeben wir dann der Funktion, die uns gleich das Strukturgleichungsmodell dann schätzen wird. Wir haben das für Regressionsmodelle anders gemacht. Wir haben da im Endeffekt die Gleichung zumeist direkt eben der Funktion für das lineare Modell LM übergeben. Das machen wir jetzt eben mit einem Extraschritt hier, um das alles so ein bisschen übersichtlicher auch gestalten zu können. Ja, ansonsten würde hier ja dann quasi die SEM-Funktion drum liegen. Aber dazu kommen wir gleich. Wie gesagt, die Modelle, die wir hier stellen, können jetzt eben komplexer sein. Und dazu gehört dann nicht nur die Regression, sondern noch mehr. Ja, ganz kurz, das hier ist ein ganz normaler String oder eine ganz normale Charaktervariable in R. Das heißt, diese Hochkommata, die den Textteil eben beginnen und beenden, sind sehr wichtig, auch wenn es nur sehr kleine Punkte sind. Also da bitte darauf achten, dass eben die Variable, und das ist im Endeffekt ja eine Variable, oder dass dieser Textstring eben mit diesen Anführungszeichen beginnt und auch beendet wird. Und dann haben wir hier noch Kommentare in diesem String. Also das SEM-Modell wird später eben die Zeilen ignorieren, die mit dem Hashtag beginnen. Das machen wir also nur, damit es für uns übersichtlicher ist. Zum Beispiel könnten wir dieses Regression, das ist einfach rauslöschen, es wäre nachher genau das Gleiche. Und wie gesagt, wir machen das vor allem, damit wir wissen, wo wir in diesem Modell was abfassen. Wo es genau steht in dem Modell, ist eigentlich auch egal. Aber wie gesagt, zur Übersichtlichkeit machen wir das so. Und dann sehen wir hier im Endeffekt zwei Dinge. Ja, wir haben das bisher bekannte Modell auch, so wie wir es in den anderen Methoden auch angelegt hätten. Und dann haben wir hier zum ersten Mal ein Measurement-Model, ein Messmodell, in dem wir eben jetzt sagen können, okay, wir definieren die Variablen, die Instrumente, direkt in dem Modell. Es ist Teil der Schätzung, deswegen wird es auch Messmodell genannt. Es wird eben auch modelliert. Ihr erinnert euch, wir haben dieses Instrument ja letzte Woche auch erstellt, und zwar von Hand. Und es dann im Endeffekt zum einen benutzt, um es eben zu rechnen, ja. Und wir haben die einzelnen Variablen, die einzelnen Items, hier Kritik 1 bis 6, sind ja die einzelnen Fragen im Endeffekt, die gestellt werden und die Antworten, die dazu gegeben werden. Das haben wir von Hand gemacht. Und jetzt können wir es als Teil des Modells auffassen, was die Modellschätzung später natürlich wesentlich präziser machen kann. Oder machen wird. Und in 99 Prozent der Fälle natürlich auch präziser machen wird. So, und jetzt müssen wir genau hinschauen. Denn so wie diese kleinen Hochkommata ist auch sehr wichtig, dass wir hier eben nicht nur die Tilde verwenden, sondern auch das Gleichheitszeichen. Und damit sagen wir dem LAVAN Package im Endeffekt, wir möchten an dieser Stelle eine latente Variable erzeugen. Wenn wir uns das genau anschauen im Datensatz, dann ist es so, dass wir hier Kritik 1, groß geschrieben, bis Kritik 6 tatsächlich im Datensatz vorfinden. Dass wir Kritik klein geschrieben und ohne Zahl aber nicht vorfinden. Denn das ist unsere, ja, unsere Instrumentvariable. Wir werden sie jetzt auch nicht explizit von Hand erzeugen und in das Modell eingeben, sondern wir erzeugen sie als Teil des Modells. Und in dem Moment, in dem wir eben eine intermediäre Variable sozusagen erzeugen, ist das eine latente Variable, die eben von uns hypothetisiert wird, oder in dem Fall synthetisiert wird, die aber nicht Teil der Messung war. Und das ist ein wichtiges Konzept, das wir eigentlich schon kennen. Und wir können eben dem LAVAN Package sagen, wir möchten das direkt in dem Modell machen. Und dazu brauchen wir dann eben nicht die Tilde allein, sondern diese Anweisung, oder Anweisung in Anführungszeichen, damit das Package eben weiß, aha, ich muss jetzt diese Variable Kritik, die es nicht gibt, die ich nicht finden kann, selbst erzeugen, indem ich sie eben aus dem mir angelieferten Items bilde. Und diese Instrumenterzeugung an der Stelle ist das Paradebeispiel für diese latenten Variablen. Wir können aber auch weitergehen. Wir können auch normale, in Anführungszeichen, Variablen nehmen. Ja, wenn die Items zum Beispiel nicht in dem Datensatz wären, und wir haben aber trotzdem noch weitere Variablen, die wir aus den gemessenen Variablen synthetisieren, oder die wir auch aus anderen latenten Variablen synthetisieren wollen, dann ist das quasi der Weg, den wir beschreiten. Daneben gibt es auch noch die Möglichkeit, mit zwei Tilden hintereinander Provarianzen anzuzeigen zwischen zwei Variablen. In unserem Beispiel machen wir das nicht, aber auch weil Lawan, und das sehen wir gleich dann bei der Zusammenfassung der Modellschätzung, das teilweise auch implizit macht, und zwar genau dann, wenn es für uns zum Beispiel sinnvoll ist, indem eben alle alten Variablen auf diese latente Variable weisen, die wir hier erzeugen. Genau, wir führen das aus, und in dem Moment, schon wieder zu viel geredet, in dem Moment passiert dann erstmal nichts anderes, als dass dieser String eben zugewiesen wird zu der Variable, und dann können wir eben im zweiten Schritt die Modellschätzung vornehmen. Ich lade kurz mal alles neu, alles ein bisschen überlastet hier. Genau, also das hier ist nun die Zuweisung, und dann sehen wir hier, dass wir eben die zentrale Funktion dieses Lawan-Packages aufrufen, die heißt SEM für Structural Equation Model. Wir übergeben zum einen das gerade erstellte Modell und die Daten, das kennen wir im Endeffekt schon, und binden das dann per Zuweisung an die Variable FitSoftSkills. Also es ist ein Fitting, es wird geschätzt. Das haben wir, glaube ich, letzte Woche auch schon gesehen. Und dann haben wir diesen Analyse-Schritt quasi schon vollzogen. Was wir jetzt normalerweise tun, ist uns die Zusammenfassung anzuschauen und die Ergebnisse. Was wir aber in einem ersten Schritt heute machen, ist, wir schauen uns dieses Modell an, wie wir es jetzt quasi hier eingegeben haben. Gerade am Anfang bei der Modell-Erzeugung ist es vielleicht ganz sinnvoll, jetzt wollen wir es auch mal ein bisschen höher machen, sich anzuschauen, was man da gerade verbrochen hat, in Anführungszeichen. Und das ist eben das Pfad-Modell oder im Endeffekt das Modell jetzt ohne Ergebnisvariablen, einfach so, wie es angelegt ist. Also wir sehen hier, dass dieses Package-SEM-Path eben auch die Variablen dann abkürzt. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Wir sehen hier zum Beispiel unsere Selbstwirksamkeit, die eben erzeugt wird aus den drei Items, SW1 bis 3. Und wir sehen dann hier die Kritikfähigkeit, die aus sechs Items erzeugt worden ist. Würden wir jetzt hier die Gleichung modifizieren und es einfach dann nochmal fitten und es uns dann nochmal anzeigen, würden wir sehen, ja, dass entsprechend sich auch das Modell ändert. Genau, also sind diese Schritte am Anfang wahrscheinlich ganz gut, um auch zu sehen, ist denn das Modell ungefähr so aufgestellt, wie ich mir das hier vorgestellt habe in dieser Gleichung. und später dann würden wir eben diesen Punkt wahrscheinlich eher nicht mehr so oft ausführen, sondern uns dann direkt die Summary anschauen, also die Zusammenfassung der Ergebnisse. Genau. Wir rufen diese Summary auf mit Argumenten, die wir sonst nicht verwenden. Einmal wollen wir hier das standardisierte Modell sehen und einmal haben wir hier noch extra Fit Measures, um eben den Modelfit beurteilen zu können. Das brauchen wir in dem Moment nicht, indem wir uns quasi nur für die Modellschätzung interessieren, aber sobald wir zum Beispiel Modelle vergleichen wollen, ist es eigentlich sehr sinnvoll, sich das direkt mit anzuschauen und ausgeben zu lassen. Genau, wir sehen 173 Beobachtungen und dann sehen wir hier eben zum Beispiel die Freiheitsgrade und eben die gerade genannten Modelfit Criteria, unter anderem auch, das haben wir ja auch schon besprochen, AIC und BIC, wie gesagt, in dem Moment eigentlich nur sinnvoll, wenn man dann dieses Modell vergleicht mit Modellen, die eben mit diesem Modell verbunden sind. Ja, also das ist, wie gesagt, keine absolute Zahl, sondern es ist für relationalen Modellbewertungen von Modellen, die eben sehr eng miteinander verbunden sind, sehr gut geeignet und das ist eigentlich auch der Standard, den man hier folgt. Genau, schauen wir uns die Ergebnisse an. Wir sehen hier die Ergebnistabellen aufgeteilt in latente Variablen, in die Regressionen und in die Varianzen oder die Co-Varianzen. Wir sehen dann, dass unsere eigentliche Gleichung, unser eigentliches Interesse, unsere eigentliche Regressionsgleichung hier als Regression logischerweise auch steht und wir sehen dann hier zum Beispiel einen signifikanten Zusammenhang, positiv von der Variable, von der latenten Variable Kritik, die wir eben hier oben gebildet haben, auf die latente Variable Selbstwirksamkeit mit folgender Effektstärke. Und wir können uns das hier dann auch nochmal als Modell anzeigen lassen, diesmal dann aber noch mit Ergebnissen. Da muss man eben genau spezifizieren, was man denn eigentlich aufgetragen haben möchte. Wir sehen hier in unserem ThamPath wiederum den Fit, den wir eben zugewiesen haben und dann spezifizieren wir eben, dass wir die standardisierten Modelleffekte sehen wollen. Und das sehen wir dann, wie gesagt, hier auch in unserem Modell jetzt auch visualisierend. Genau, und wie gesagt, das ist ein kleines Beispielmodell mit einer Beispielforschungsfrage, eben so, dass es relativ übersichtlich ist. Wir sehen, wenn wir in die Literatur schauen, auch sehr oft, dass das nicht nur für SurveyData verwendet wird, logischerweise. Also es muss nicht immer sein, dass man hier die Items abfasst. Man kann auch, wenn man die Variablen anders gemessen hat, logischerweise dann direkt mit den Messvariablen, oder direkt mit den, ich sag mal in Anführungszeichen, Variablen-Variablen arbeiten, also mit den logischen Variablen, die man auch in der Studie verwendet. Und je nachdem, wie sie dann eingeben werden, sieht man auch den Unterschied in der Form, wie sie hier dann in diesen Modellen dargestellt werden. Latente Variablen sind Kreise in dieser Darstellung und gemessene Variable oder manifeste Variablen sind eben Quadrate oder Rechte. So, dann haben wir hier als Beispiel noch ein größeres Modell. Das ist im Endeffekt der gleiche Datensatz, das ist das gleiche Modell. Jetzt gehen wir aber, wie besprochen, mit mehreren Variablen noch zu Werke, die wir eben Kooperation und Kommunikation auch noch hinzufügen. Das Vorgehen ist dann wiederum genau das gleiche und wir sehen dann mit mehr als einer Variable, die wir eben, mit mehr als einer unabhängigen Variable, die wir schätzen, haben wir dann eben auch andere Effektgrößen. Ja, die Kritik, die wir vorhin als positiv und signifikant gesehen haben, zum Beispiel, hat sich jetzt mit Zuhilfenahme oder mit Inklusion dieser beiden anderen Variablen in das Modell eben komplett verschoben. Es ist jetzt negativ, es ist nicht mehr signifikant und da gehen wir so vor, wie auch bei der Modellierung der Regressionsmodelle, die wir eben schauen, ist dieses Modell denn jetzt besser oder nicht. In dem Fall ist es übrigens nicht viel besser, obwohl wir so viel mehr Informationen hineingesteckt haben. Aber wie gesagt, das sind jetzt hier Beispiele. Und genau, wir sehen dann, hier wird es dann langsam auch knapp mit dem Platz, weil sehr viele Items natürlich dann in diesem Modell sind. Aber wir sehen dann, dass wir eben die Visualisierung mit dem Ergebnisteil, den wir gerade gesehen haben, verbinden können. Wenn wir hier reinschauen und uns auf die drei Variablen konzentrieren, die eben unserer Forschungsfrage in dem Moment auch zugrunde liegen, dann sehen wir, dass eigentlich nur die Kommunikation für uns wichtig ist, die sowohl den größten Effekt hat, wie auch als einzige dieser drei Variablen auf einem zufriedenstellenden Konfidenzniveau sich befindet, was die Signifikanz angeht. Und entsprechend ist es dann hier im Modell auch ersichtlich. Genau, dieses SEM Path und SEM Plot Package kann, ich glaube zumindest, ich habe keinen Weg gesehen, in dieser Ausführung zumindest nicht direkt noch, so wie man das eigentlich haben will, die Signifikanzen in Sternchenform zusätzlich anzeigen. Da muss man sagen, entwickelt sich gerade auch das Zusammenspiel von diesen Packages und den Jupyter Notebooks momentan noch, also da wird es eventuell in nächster Zeit eventuell eine Lösung geben und ich sage eventuell, weil, ja, das würde jetzt vielleicht zu weit führen. im Endeffekt können wir uns die Ergebnisse ja trotzdem anschauen, ja, und wir können, wir könnten jetzt natürlich noch, noch, ja, viel mehr Zeit investieren, um das dann auch so darzustellen, aber wir gewinnen hier ja keine Informationen, wir gewinnen ein bisschen Übersichtlichkeit, das stimmt, aber man kann das aber auch dann einfach in der Beschreibung der Modellfigur zum Beispiel darstellen, sagen, übrigens, diese Verbindung ist die einzige signifikante Verbindung mit dem und dem P-Value-Niveau. Genau, also, das Einzige, was hier wirklich komplex ist, ist eben die Erstellung des Modells, lustiger, logischerweise, ja, das ist eigentlich nur die Erstellung dieses Strings und das Schöne an dem LAVAN Package ist, dass es sehr, sehr gut dokumentiert ist, dass es hier sehr gute Tutorials auch direkt von den Autoren des Packages gibt, ja, wir sehen hier zum Beispiel den kleinen Vorgriff auf das, was gleich ankommt, das Tutorial für die Mediationsanalyse, aber im Grunde genommen kann man mit diesen Strukturgleichungsmodellen sehr, sehr viele verschiedene Analysen oder Subanalysen eben abbilden, entsprechend groß ist der Funktionsumfang, entsprechend haben wir dieses Package auch deswegen gewählt, weil der Bedarf an Dokumentationen logischerweise auch sehr groß sein wird und wie gesagt, das Schöne hier ist, das ist eigentlich alles relativ einfach zu lesen und man kann sich das relativ schnell auch selbst erarbeiten und damit haben wir ein sehr mächtiges Instrument eben unserer Toolbox hinzugefügt, was die wissenschaftliche Erklärung angeht oder die Bestätigung mit Hilfe von Daten unserer wissenschaftlichen Erklärungen, denn am Ende des Tages geht es ja genau darum und wenn wir jetzt überlegen, was konnten wir vorher erklären und wie komplex können jetzt unsere Erklärung sein, ist eben dieses Strukturgleichungsmodell, diese Strukturgleichungsmodellierung ein sehr willkommener und sehr wichtiger Teil unserer wissenschaftlichen Methodenausbildung und das ist warum Struktural Equation Modellung ist sehr, sehr useful für uns.